Ein letzter Fresh-Up vor dem Launch von Diablo 4. Heute 14 Fakten für euch, die ihr unbedingt über das Game wissen solltet. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist FragNutt und dieses Video wird euch mal wieder präsentiert vom FragNutt-Team. Ja, 14 Punkte, um euch vorzubereiten auf den Launch von Diablo 4. Ich bin schon wirklich voller Vorfreude. Diese Dinge solltet ihr auf jeden Fall nochmal wissen, verinnerlichen, abchecken. Im Zweifelsfall, wir sprechen über, mit wem könnt ihr wie spielen, wann kommt es wirklich raus, ist es jetzt Pay-to-Win, Stand jetzt, wie sieht es mit den Systemvoraussetzungen aus und, und, und. Fangen wir vorne an, Punkt Nummer 1. Release von Diablo 4 ist am 6. Juni, offizieller Release, um 1 Uhr nachts. Allerdings gibt es natürlich den gekauften Early Access, den ihr in der digitalen Deluxe oder Ultimate Edition euch erkaufen könnt. Dann ist das Ganze für euch am 2. Juni, um 1 Uhr nachts. Also da auch für alle Nachteulen genau das Richtige. Ja, also ganz früh am 2. Juni geht's los und falls ihr da wirklich die Nacht durchmacht, dann viel Spaß. Ich persönlich werde antizyklisch spielen, bedeutet für mich, ich fange wahrscheinlich so um 8 Uhr, 10 Uhr oder so an und dann wird da reingejodelt in Diablo 4, wenn die Server wahrscheinlich nicht mehr ganz so heiß laufen, weil zum absoluten Launch werden sicherlich alle drin sein. Punkt Nummer 2. Cross, Cross-Play, Cross-Safe. Diese beiden Optionen bietet Diablo 4. Ziemlich cool, wie ich finde, denn das bedeutet für dich, in der Theorie kannst du auf dem PC spielen, da dein Battle.net Safe Game abspeichern, wird er eh online gemacht und dann an der Playstation weiterzocken. Ziemlich cooles Feature, wie ich finde. Und ich finde, Cross-Safe ist absolut zeitgemäß und macht es halt auch cool möglich, dass du zum Beispiel zu Hause an einem genialen Gaming-PC zockst und du gehst in den Urlaub und dann nimmst du natürlich die Playstation mit, weil was macht man im Urlaub richtig? Nur zocken. Dann wird im Urlaub am Strand weitergezockt oder was weiß ich, wo ihr seid. Punkt Nummer 3. Die Systemvoraussetzung. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele von euch, aber große Entwarnung. Ihr könnt auch schon mit einem relativ alten System das Ganze spielen. Auf niedrigen Einstellungen, 30 FPS, das geht. Das geht, das ist vielleicht nicht schön und nicht zeitgemäß, aber ihr habt die Option, auf einem alten All-Laptop das Ganze zu zocken. Ja, also mindestens müsst ihr auf jeden Fall Windows 10 haben, aber das war ja schon eine ganze Zeit lang auch gratis. Ich denke, die meisten haben es jetzt. Ihr braucht den i5-2500K oder einen AMD FX 8350, 8 GB RAM, eine GeForce GTX 660 oder zum Beispiel eine Radon R9 280, DirectX Version 12, die aktuelle oder ist das die aktuellste? Ich bin mir gar nicht sicher. Eine SSD mit 90 GB Speicher. Also die SSD wird hier schon vorausgesetzt. Keine alte Festplatte mehr und natürlich Breitband-Internet. Jetzt vielleicht nicht so, dass das olle Smartphone-Internet edgt. Das wird leider nicht ausreichen. Ja, das war jetzt für die allerniedrigsten Einstellungen. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr Diablo 4 spielen. Ansonsten, weiß ich nicht, holt euch eine Xbox Series S. Konsolen sind eben im Verhältnis deutlich günstiger zu dem, was man geboten kriegt. Dafür sind die Spiele meistens etwas teurer, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Punkt Nummer 4. Seasons. Seasons wird es wieder geben in Diablo 4. Und die sind so ähnlich wie in Diablo 3. Es gibt auch wieder ein Reset und dann einen Battle Pass dazu. Dazu später mehr. Ein paar Wochen nach Launch kommt die erste Season. Mehr ist bislang noch nicht bekannt. Und da wird dann auch natürlich ordentlich reingejodelt. Bedeutet für euch, ihr startet von vorne und könnt in dieser Season mit einem bestimmten Thema zum Beispiel oder mit bestimmten neuen Quests das Ganze dann nochmal ergänzend erleben. Soweit ich das mitbekommen habe, müsst ihr nicht die Story jedes Mal durchspielen. Das finde ich sehr gut. War ja in D3 dann auch irgendwann nicht mehr nötig. Als es dann auch die Seasons gab, da gab es ja den Abenteuermodus. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch hier dann ablaufen, dass ihr ja nicht die Story spielen müsst. Ihr habt die Gelegenheit, natürlich alle Gebiete wieder erneut freizuspielen oder müsst das Ganze machen. Nicht alle wollen das. Aber mich persönlich hat es mega motiviert und ich fand es ein super cooles System. Punkt Nummer 5, der Preload. Ja, der startet am 30. Mai 4 p.m. PDT, Pacific Daytime. Bei uns ist das der 31. Mai um 1 Uhr nachts. Bedeutet zwei Tage vor Release. Ja, genau, zwei Tage vor Release, beziehungsweise Release des Early Access. Ja, das ist ja schon bald. Ich gucke hier gerade mal in den Kalender. Es ist der Mittwoch. Also Mittwoch 1 Uhr nachts, ab in den Download. 90 GB sind es. Falls ihr auf dem Dorf lebt, solltet ihr das vielleicht jetzt schon früh machen. Punkt Nummer 6, der Battle Pass. Es gibt drei Optionen. Ein gratis und zwei kostenpflichtige Versionen des Battle Pass. Einmal 10 Dollar, 25 Dollar. Stand jetzt, Wissensstand von mir, ist es nicht Pay2Win. Es gibt einen XP-Booster, allerdings wird er im kostenlosen Reward Track freigeschaltet. Ja, das bedeutet, ihr schaltet das Ganze frei, indem ihr ihn gratis freispielt. Der XP-Booster ist nur für Twings und wird eben freigeschaltet, wenn ihr mit dem ersten Charakter, der ja vielleicht nicht euer Main-Charakter, aber immerhin euer erster Charakter, dann habt ihr ein bestimmtes Level erreicht, dann wird es freigeschaltet. Also es macht nur das Leveln von Twings schneller. Coole Sache. Bestes Battle Pass ist rein kosmetisch. Mir ist jetzt noch nicht bekannt, ob ich aber diese Gratisstufen auch boosten kann. Es gibt nämlich einen Battle Pass Boost. Ah, das müsste der teurere Battle Pass sein. Dann geht das Ganze etwas flotter. Ja, also finde ich gut, dass es eben diesen Gratis-XP-Booster gibt. Und dann die kostenpflichtigen Cosmetics. Mich jucken Cosmetics eher nicht. Vielleicht habe ich mal ein Set oder ein Item, wo ich sage, wow, das haut mich um. Aber ich habe schon jetzt eigentlich genug Geld für Diablo 4 ausgegeben. Mit der größten Edition. Also nicht Collectors Edition, aber die größte digitale Edition. Punkt Nummer 7. Das Paragon-System feiert das Comeback. Es ist anders als in Diablo 3. Paragon-Level sind nicht mehr accountweit, sondern charakterspezifisch. Und außerdem sind sie begrenzt. Bedeutet, irgendwann habt ihr das Paragon voll. Von Level 50 bis 100 schaltet ihr die ganzen frei. Level 100 ist das Max-Level. Und ein paar andere Quellen gibt es dafür dann auch noch. Sehr coole Sache. Das motiviert natürlich dann mehr die Twings zu spielen. Und nicht nur einen Main-Charakter, der am schnellsten grindet, hochzuspielen. Über den quasi Paragon zu boosten, wie das in D3 dann lief. Und dann die Twings quasi zu spielen auf einem hohen Paragon-Level. Einfach nur so. Motiviert vielleicht mehr, mehr Charakters zu switchen. Und irgendwann quasi zu sagen, okay, der eine ist jetzt hier ausgespielt. Jetzt muss ich einen neuen anfangen, damit sich das noch irgendwie lohnt. Es kann natürlich auch sein, dass es dann weniger motivierend ist, weiter zu spielen. Aber naja, ich finde es glaube ich ganz cool so. Punkt Nummer 8, Handeln von Items. Das gibt es tatsächlich. Allerdings sind ausgeschlossen legendäre Items und einzigartige Items. Also legendäre haben wir ja jetzt auch in den Betas schon einige gefunden. Aufgrund der hohen Drop-Rate in den ersten beiden Betas. Zumindest im Stress-Test dann eher nicht so viel. Und die Uniques, die hatten wir ja noch nicht gesehen. Die sind ausgeschlossen auch von diesen Trading-Optionen. Also kein illegaler Ebay-Markt ist hier eröffnet worden. So in der Motto. Man kann normale, seltene und magische Items dann eben unter Freunden austauschen. Und die kann man ja dann auch modifizieren mit legendären Stats. Also das ist ja schon eine ganz nette Sache. Falls man irgendwie dieselbe Klasse spielt und man findet dann coole Rare-Items, dann kann man die natürlich teilen. Ja, das ist durchaus denkbar. Wird aber jetzt nicht krass sein, bin ich der Meinung. Ebenfalls tauschbar sind wohl Gems, Gold und Elixiere. Und da sehe ich auf jeden Fall schon wieder einen großen Ebay-Markt. Schauen wir mal, wie das wird. Kann man einfach nur sagen. Punkt Nummer 9. Twitch-Drops wird es geben. Und zwar vom 5. Juni. Also vom offiziellen Start. Nicht vom Early Access Start. Bis, beziehungsweise kurz vorm offiziellen Start. Bis zum 2. Juli. Ungefähr einen Monat habt ihr Zeit. Es gibt diverse Drops. Einmal über die gesamte Dauer gibt es das Primal Instinct Mount als Belohnung. Aber Achtung, kostet Kohle indirekt. Ihr müsst quasi bei einem Twitch-Streamer ein Abo dalassen. Ein kostenpflichtiges Abo für den Primal Instinct. Und das bedeutet, ihr müsst euch da einen Streamer raussuchen, der das hat. Wahrscheinlich wieder Jesse oder so. Gehe ich mal von aus zumindest. Dann müsst ihr da einmal Geld bezahlen. Tatsächlich 3,99 Euro. Ja, und dann müsst ihr euch noch einen zweiten Creator raussuchen, wo ihr das auch macht. Also 8 Euro kostet das Ganze. Wird dann aber an Amazon gehen und nicht an Blizzard direkt. Und da ist sicherlich eine extrem krasse Kooperation von Amazon und Blizzard am Start. Dass das über Prime-Abos refinanziert wird. Ich bin gespannt, in welcher Form eben dann jetzt auch Twitch Diablo pushen wird. Das wird wahrscheinlich das Nummer 1 Spiel dort sein. Und auch von Twitch selber irgendwie total bevorzugt werden. Finde ich nicht so eine coole Aktion. Ja, aber es ist halt eine andere Form von Mikrotransaktionen. Halt nur jetzt auf Twitch statt eben auch auf dem Blizzard Shop. Kann man von halten, was man will. So muss es gemacht werden. Außerdem gibt es zusätzliche Items. In der ersten Woche vom 5. Juni bis 11. Juni gibt es ein Jäger- und Totenbeschwörer-Paket. Auf Twitch zu bekommen als Drops. In der zweiten Woche vom 12. Juni bis 18. Juni ein Zauberer-Paket. Die Woche 3 vom 19. bis 25. Juni, da gibt es dann ein Druiden-Paket. Und in der vierten Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli, wo dann alle Drops enden, da gibt es ein Barbaren-Paket. Also angefangen wird mit Jäger- und Totenbeschwörer. Wahrscheinlich sind das auch die beliebtesten Klassen. Ich liebäugel auch aktuell immer noch mit Jäger-, Totenbeschwörer- und Zauberer. Und werde mich wahrscheinlich ganz intuitiv und spontan dann für den Zauberer entscheiden. Oder Jäger oder Nekro. Punkt Nummer 10. Da sind wir schon angelangt. Ihr könnt in diesem Game dauerhaft verewigt werden. Da gab es einen Post von Blizzard Themselves. Die ersten 1000 Leute, die Level 100 im Hardcore-Modus erreichen, sollen im Spiel verewigt werden. Oder können im Spiel verewigt werden. Wenn ihr jetzt Lümmelmaster13 heißt, dann vielleicht nicht. Aber grundsätzlich ist das die Möglichkeit, im Hardcore-Modus Level 100 erreichen, auf Twitter das Ganze dann posten. Und zwar mit dem Hashtag Diablo4Hardcore. Dazu dann ein Beweis mit Username. Und ja, dann wirst du auf so einer Statue verewigt. Auf einer Statue von Lilith. Ziemlich coole Sache. Und ja, ich glaube für viele von euch könnte das durchaus ein Traum sein, in einem Game verewigt zu sein. Für mich persönlich ist es nämlich auch ein Traum. Ich bin ja in Assassin's Creed Valhalla verewigt. Sogar mit meiner Stimme an vielen Stellen. Ich glaube an vier Stellen sogar habe ich mich gehört. Oder fünf. Und das ist eine ganz große Ehre. Und super coole Sache, in einer seiner Lieblingsbrand verewigt zu sein. Also ich drücke euch die Daumen, falls ihr Hardcore zockt zum Launch. Ich persönlich werde wahrscheinlich Softcore spielen. Aus dem einfachen Grund, dass ich Videos über das Spiel mache. Und stell dir vor, aus irgendeinem Grund stirbt mein Charakter. Ja, dann muss ich neu leveln und kann nicht mehr so cool Videos machen. Wobei dann natürlich mit freigeschaltetem Boost, äh, im Season Pass geht es ein bisschen schneller dann auch immer. Punkt Nummer 11. Alle Ultra-White-Zocker da draußen können sich freuen. Ultra-White-Support ist da für die super coolen breiten Bildschirme. Liebe ich persönlich total. Finde ich genial. Ich mache es nur privat, beziehungsweise mache es gar nicht. Weil ich halt Videos mache und das Format eben 16 zu 9 ist. Was man auf YouTube schaut, auf anderen Plattformen. Punkt Nummer 12. Es wird keinen Offline-Modus geben, ebenso nicht für die Konsolen. Also Online-Zwang, falls euch das nervt. Pech gehabt, I guess. Für mich ist es okay, es ist nicht schlimm. Aber ihr müsst es wissen. Ihr braucht unbedingt eine Internet-Connection. Ansonsten klappt es nicht. Punkt Nummer 13. Kein Couch-Koop für PC. Also ihr könnt nicht zusammen vorm PC sitzen. Sehr, sehr schade. Für Konsolen wird es aber Couch-Koop geben. Am PC hätte ich mir das nämlich auch vorstellen können. Mit Controller, einer, einer mit Tastatur, maybe. Aber unser Punkt Nummer 14 ist nämlich auch nochmal eine schlechte Nachricht für die PC-Ladel. Da draußen kein Controller-Support für den PC. Zumindest zum Launch wird es auch kein VASD-Movement geben. Es ist nicht ausgeschlossen für die Zukunft. Aber schauen wir mal, was wird. Ja, einen kleinen Bonus-Fakt haben wir noch für euch. Es gibt keinen Q-Level. Das müsst ihr mir glauben. An der Stelle, Erinda Badike wird fehl am Platze sein. Und ich freue mich schon riesig auf den Launch zusammen mit euch. Bin sehr, sehr gespannt da drauf. Lasst unbedingt gern ein Abo hier da, wenn ihr Bock habt, weiterhin mit Diablo-Content versorgt zu werden. Und schaut vielleicht auch gerne mal auf Instagram.com slash fragnat vorbei. Dort kündige ich solche Streams an oder poste mal andere lustige Sachen. Wie zum Beispiel, warum neulich die ARD bei mir zu Hause war. Und hier was gefilmt hat bei mir. Und das war eine ziemlich coole Sache. Dazu demnächst mehr. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und sag tschau, euer V. Und natürlich Glocke, dies ist das. Tschüss. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry. Willi hat es kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Pferd, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry.